hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf just lost heute machen wir ein lost in place video und zwar das zweite was auf dem kanal ist und wer das format nicht verstanden hat es ist ursprünglich entstanden als wir eigentlich ein lost place besuchen wollten aber das nicht geklappt hat und dann sind wir woanders hingefahren und haben trotzdem video gemacht und wir haben uns aber überlegt davon vielleicht ein paar mehr videos zu machen weil es gibt auch interessante orte die keine lost places sind die man vielleicht nicht überall sieht deswegen fangen wir heute nicht wir fangen nicht an wir machen ein zweites video heute und zwar sind wir heute in im zauberwald in hannover das kann man ja auch sagen also im zauberwald und wie der aussieht weiß ich nicht weil ich bis jetzt noch nicht da war aber du auf jeden fall wünschen wir euch viel spaß dabei bis gleich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war es auch schon mit unserem kleinen, aber feinen Ausflug. Das Ganze findet ihr in Hannover und die Künstler, die das Ganze gemacht haben, sind auch immer, nicht immer, aber meistens, glaube ich, dort anzutreffen und mit denen kann man dann auch quatschen. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Lost in Place oder Lost Place, weiß man ja immer nicht. Bis zum nächsten Mal.